Drei Tage lang hatten Organisatoren und Besucher die Wadenburger Cityfest im Griff. Ganz normal, wenn Wadenburg sein jährliches Cityfest feiert. Der Veranstalter, das Gemeinde Wadenburg Marketingforum, zeigte sich am späten Sonntagnachmittag rundum zufrieden. Nach Lichterumzug am Freitag und Livemusik am Sonnabendabend bot der Cityfest Sonntag wieder ein Programm für die ganze Familie. Zwischen Glockenturm und Wadenburger Eck erstreckten sich mehrere Bühnen mit Livemusik. Stände, an denen sich Vereine, Parteien und Geschäfte präsentierten und dazwischen viele Aktivitäten und Mitmachangebote für Kinder.